Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Auch einen herzlichen Dank dafür, dass ihr mich auf YouTube so zahlreich mit Kommentaren unterstützt, die den Algorithmus fördern. Somit werden noch mehr Leute auf unserem Kanal oder auf meinem Kanal aufmerksam und ja, das macht schon viel aus, muss man sagen. Heute habe ich einen Fall für euch, den vermutlich sehr, sehr viele kennen werden. Es geht um den Fall Sonja Engelbrecht und zwar weiß ich, es gibt neue Entwicklungen und ihre Leiche ist gefunden. Das, denke ich, wissen viele von uns schon. Aber ich habe mir gedacht, ich stelle euch diesen Fall wirklich nochmal ganz chronologisch vor, wie damals alles begann, was für Ungereimtheiten es da gab. Bis heute stand April 2023 und ich bin mal gespannt, was für Entwicklungen wir nach April 2023 noch erleben werden. Und ich würde sagen, dann beginnen wir einfach mal mit der Folge über Sonja Engelbrecht. Sonja Engelbrecht war 1995 19 Jahre alt. Sie besuchte die 11. Klasse einer Fachoberschule und lebte noch bei ihren Eltern in München-Leim. Auch hatte Sonja noch eine ältere Schwester, sie war damals 23 Jahre alt. Diese hatte bereits eine kleine Tochter. Sonjas Schwester wohnte auch ganz in der Nähe der Eltern und insgesamt gab es zwischen den Geschwistern zwar mal Streit, aber insgesamt hatten alle ein gutes Verhältnis. Auch teilte sich Sonja mit ihrer Schwester ab und zu ein Auto, das musste sie aber vorher anmelden, wenn sie es nutzen wollte. Und am 10. April 1995 fragte Sonja ihre Schwester spontan, ob sie an dem Abend das Auto haben könnte, aber das klappte dann leider nicht, weil die Schwester das brauchte. Sonja wollte nämlich an diesem Abend, an diesem 10. April, noch einmal weg zu Philipp bzw. mit Philipp. Den Namen Philipp habe ich übrigens geändert, er wird noch häufiger zu hören sein in dieser Folge. Aber eigentlich hatte sie überhaupt keine Lust, sich mit ihm zu treffen. Aber er rief sogar am Nachmittag noch einmal an und redete so lange auf Sonja ein, bis diese schließlich das Treffen einwilligte. Aber sie wollte sich eigentlich nicht mit Philipp alleine treffen. Sie hatte noch versucht, aus ihrer Mädchengruppe jemanden zu erreichen, der mitgekommen wäre. Aber das ist Sonja leider nicht gelungen. Sonja zog an diesem Abend zum ersten Mal eine enge schwarze Lederhose an, die sie sich von ihrem Geburtstagsgeld vor kurzem gekauft hatte. Der 19. Geburtstag war übrigens auch erst sechs Tage her. Gekleidet war Sonja für den Abend am 10. April mit Philipp, dann noch mit einer Lederjacke im 70er-Jahresstil, die hatte sie von ihrer Oma geschenkt bekommen. Und Sonja trug also überwiegend an diesem Abend schwarz. Aber eigentlich war das gar nicht so Sonjas Kleidungsstil, die trug eher andere Sachen, vermutlich farbenfroher. Als Sonja dann aber hergerichtet war und fertig mit allem war, verabschiedet sie sich von ihrer Mutter an diesem Abend um 20.45 Uhr und verließ die Wohnung. Mit Philipp wollte sie sich nun am Münchner Hauptbahnhof treffen. Das war auch ein häufiger Punkt, wo Sonja sich mit ihren Freunden immer so getroffen hatte. Der weitere Abend kann nun natürlich von den Eltern nicht mehr nachvollzogen werden, daher sind die Schilderungen, größtenteils die ich euch jetzt erzähle und auch im Laufe dieser ganzen Folge, die Aussagen, die Philipp zum Großteil getroffen hat. Laut ihm fuhren Sonja und er dann vom Hauptbahnhof aus mit der U-Bahn zum Josefsplatz. Von dort wollten die beiden dann zum Lokal Vollmoth. Das Lokal befand sich damals in der Schleißheimer Straße 82. Heute ist dort ein anderes Lokal vertreten. Gegen 21.40 Uhr wollen Philipp und Sonja dort eingetroffen sein. Dort haben sie dann wohl zufällig Jonas und Markus, die beiden Namen habe ich auch abgeändert, getroffen. Beides waren Freunde von Philipp. Später geben beide Jungs, Jonas und Markus, übrigens damals erst 14 und 15 Jahre alt an, dass sie an einem Vierertisch gesessen hätten, wo dann Sonja und Philipp noch Platz gefunden hatten, obwohl das Lokal aber sehr gut besucht gewesen sei. Aber, das stellte sich später raus, es gab im Vollmond keine Sechser-Tische. Ob Sonja also wirklich im Lokal Vollmond gewesen ist, das konnte nie wirklich bestätigt werden. Kellner wurden nämlich auch erst ein Jahr später befragt und konnten sich natürlich nicht mehr erinnern. Und die vier wollen dann noch bis 0.40 Uhr im Vollmond gewesen sein. Danach ging es dann aber für Sonja nicht nach Hause, obwohl sie sehr müde gewesen sein soll, sondern in die Wohnung von Jonas, einem, ja, Minderjährigen. Seine Eltern waren nämlich nicht zu Hause und deswegen hat er dann wahrscheinlich noch Besuch mitgenommen. Und die damalige Wohnung von Jonas und seinen Eltern befand sich in der Schellingstraße. Das sind so circa acht bis zehn Minuten zu Fuß vom Lokal Vollmond entfernt. Jonas aber forderte Philipp und Sonja auch nicht direkt auf, mit zu ihm nach Hause zu kommen, sondern eigentlich laut seiner Aussage ist es so gewesen, dass die beiden einfach mitgekommen sind. Und um zwei Uhr in der Nacht erhielt Sonjas Freundin Maria dann, die ja nicht mitgekommen ist, einen sehr sonderbaren Anruf. Jemand rief mit verstellter Stimme bei ihr an und sprach obskure Äußerungen und Drohungen aus, welche genau, das wird leider in den Artikeln, die ich gelesen habe, nicht wiedergegeben. Maria war sich damals sicher, dass der Anrufer mit verstellter Stimme Philipp gewesen sein muss. Und nach diesem Anruf hatte Maria solche Angst, dass sie alleine zu Hause war und dann zu ihrer Nachbarin gegangen ist. Auch berichtet sie der Polizei davon. Philipp bestätigt später auch, dass er der Anrufer gewesen ist. Was er da gedroht hat, wäre ja mal sehr, sehr wichtig eigentlich gewesen zu wissen. Und warum auch so spät in der Nacht, wo Sonja noch dabei ist und zwei Freunde von ihm? Alles ein bisschen komisch, wie ich finde. Aber laut Jonas' Aussage, das sagt er nämlich später auch noch, habe niemand in dieser Wohnung telefoniert. Was ja aber mit der Aussage von Philipp dann eigentlich widerlegt wird. Dann sollen sich die beiden, Sonja und Philipp, noch circa zehn Minuten in der Wohnung aufgehalten haben und dann um 2.10 Uhr eben Jonas' Wohnung verlassen haben. Er musste sie laut seiner Aussage am Ende förmlich rausschmeißen, da er und Markus schlafen wollten. Auch Sonja sei sehr, sehr müde gewesen, sagte er später aus. Und später befragte man auch eine Hausbewohnerin der Schellingstraße. Sie behauptete, Sonja und Philipp schon um 22 Uhr im Treppenhaus gesehen zu haben. Ob sie dann also wirklich im Lokal Vollmond gewesen sind, ist unklar. Ob allerdings natürlich die Aussage der Hausbewohnerin zu hundertprozentig die richtige war, lässt sich ja auch nicht mehr klären nach so vielen Jahren. Aber die Nachbarn wollen in dieser Nacht keinen störenden Lärm wahrgenommen haben. Sonst sei aber die Wohnung meist immer sehr laut gewesen. Und wenn Jonas alleine gewesen wäre ohne seine Eltern, soll er oft Besuch von obskuren Gestalten erhalten haben. Was auch immer das jetzt heißt. Auch wurde behauptet, ob das wirklich stimmt, ist eine andere Sache, dass Jonas, da er ja noch zwischen 14 und 15 Jahre alt damals war, haschisch konsumiert haben soll und auch gedealt haben soll. Aber wie gesagt, ob das wirklich stimmt, ist unklar. Die Aussagen sind wohl auch von Nachbarn getroffen worden. Sonja und Philipp waren nun draußen alleine unterwegs, zu Fuß über die Schellingstraße und die Schleißheimer Straße, also auch wieder am Vollmond vorbei, zum Stiegelmeierplatz, von wo sie dann nach Hause fahren wollten. Sonja soll einen langsamen Gang gehabt haben und ja nach Aussage von Jonas sehr müde gewesen sein. Und von Jonas' Wohnung bis zum Stiegelmeierplatz wären es eigentlich 1,2 Kilometer gewesen. Und die beiden hätten normalerweise ungefähr 15 Minuten gebraucht. Was für diesen Fall auch wichtig ist, ist, dass die beiden bis zum Stiegelmeierplatz an vielen Telefonzellen vorbeigelaufen sind, die Sonja nicht genutzt hat. Auf dem Weg soll Sonja auf einmal angehalten haben am Gesundheitsamt. Sie wollte sich in einem Gebüsch erleichtern. Sie soll dann wieder zurück zu Philipp gegangen sein und gesagt haben, sie habe Angst, fühle sich beobachtet und verfolgt. Das lassen wir jetzt mal so stehen, denn laut Aussage habe Philipp dies nicht gekümmert. Was ja schon krass ist, nicht mal zu fragen, was er denn Angst macht. Später gab sogar Philipp noch zwei weitere Orte an, wo Sonja sich angeblich bis zum Stiegelmeierplatz diese 1,2 Kilometer noch erleichtert haben wollte. An diese Geschichte mit dem Austreten bzw. Erleichtern glaubt übrigens niemand so richtig. Sonja hatte ja, wie ich am Anfang gesagt hatte, schon sehr enge Sachen an diesem Abend an. Und es war ja zudem für eine Frau noch schwieriger und unangenehmer, in einer Straße sich mal kurz zu erleichtern, würde ich jetzt mal sagen. Zumal sie ja auch bei Jonas vorher noch auf die Toilette hätte gehen können. Das macht so gar keinen Sinn irgendwie. Und Sonja und Philipp hätten beide mit der Straßenbahn N20 nach Hause fahren können. Was nämlich an dieser Geschichte auch komisch ist, Sonja und Philipp kamen bis zum Stiegelmeierplatz an zwei weiteren Haltestellen an. Einmal an der Lothstraße, nicht mal 500 Meter von Jonas' Wohnung entfernt und einmal direkt am Gesundheitsamt, wo Sonja sich ja erleichtert habe oder erleichtern wollte und auch Angst bekam. Und wieso gehen die beiden dann, das fragte man sich, so einen langen Weg zurück zum Stiegelmeierplatz, wenn es viel einfacher und schneller gegangen wäre, irgendwo einzusteigen in eine Straßenbahn. Angekommen am Stiegelmeierplatz wollte Sonja dann ihre Schwester anrufen. Sie hat wohl immer nur von der Schwester gesprochen. Dies wollte sie wohl angeblich auch schon in Jonas' Wohnung tun. Dieser sagte ihr aber, man solle um diese Uhrzeit niemanden mehr belästigen. Nachweislich aber rief ja Philipp bei Maria aber trotzdem an. Das war dann also erlaubt, aber Sonja durfte nicht ihre Schwester anrufen. Auch wieder ein bisschen komisch. Und die damaligen Telefonzellen befanden sich direkt am Taxistand beim Stiegelmeierplatz. Aber der Automat in dieser Telefonzelle nahm keine Münzen. Sonja hatte aber keine Telefonkarte dabei, sodass Philipp ihr eine Telefonkarte gegeben hatte. Auch soll in seinem Beisein noch die Nummer der Schwester getippt worden sein. Nein, plötzlich sei dann aber die Straßenbahn gekommen und Philipp habe dann schlagartig die Telefonzelle verlassen. Sonja soll dort dann alleine verblieben sein, um eben ihre Schwester dann anzurufen. Aber es war wie gesagt immer nur die Rede ihrer Schwester, wozu wir gleich noch kommen werden. Die Straßenbahn kam um 2.28 Uhr. Philipp will dann eingestiegen sein und soll noch Touristen und später den S-Bahn-Fahrer nach der Uhrzeit gefragt haben. Dieser kann sich aber später nicht an ihn erinnern. Zudem hängt am Stiegelmeierplatz noch eine sehr große Uhr. Das werdet ihr auf den Bildern auch sehen. Was auch sehr widersprüchlich ist, dass Philipp und Sonja um 2.10 Uhr erst die Wohnung von Jonas verlassen haben wollen. Aber um 2.28 Uhr will Philipp dann schon in die Straßenbahn eingestiegen sein. Das sind also gerade mal 18 Minuten. Sonja musste ja aber auf dem Weg mehrmals austreten laut seiner Aussage und war sehr müde. Und die Strecke zu Fuß beträgt mindestens ungefähr 15 Minuten plus Austreten. Sonja war sehr müde, soll sehr langsam gegangen sein. Sicherlich eine Strecke, die schon alleine aufgrund des Austretens mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Sodass es die Aussage, dass er um 2.28 Uhr in die Straßenbahn gestiegen ist, sehr widersprüchlich macht. Philipp sei dann zwei Stationen bis zum Münchner Hauptbahnhof gefahren. Sonja, die verängstigt gewesen sein soll, sich bedroht gefühlt habe, ließ er einfach zurück. Ohne dass überhaupt klar war, dass sie ihre Familie, ihre Schwester wirklich erreichen konnte. Also ob man das als Mann macht, hört sich komisch an, meiner Meinung nach. Auch hatte Sonja laut Aussage ihrer Mutter, jetzt kommen wir nämlich zur Schwester, nicht einmal die neue Telefonnummer ihrer Schwester, wenn nur in ihrem Notizbuch. Und dieses Notizbuch hatte Sonja aber nicht dabei, das lag zu Hause. Und auch war es sehr, sehr unüblich, dass sie die Schwester anrufen würde, denn die hatte auch ein kleines Kind und konnte nicht immer sofort in der Nacht losfahren. Das waren nämlich ungefähr 30 Minuten, die die Eltern sowie auch die Schwester zum Stiegelmeierplatz gebraucht hätten mit dem Auto. Sie rief sonst nämlich auch wirklich immer ihre Eltern an. Und Sonjas Schwester, falls die Frage jetzt aufkommt, stand auch damals nicht im Telefonbuch mit ihrer neuen Nummer. Sonja hätte die Nummer also nicht einfach so gefunden. In dieser Nacht können sich auch weder die Eltern von Sonja noch ihre Schwester an einen Anruf erinnern. Eine Nachprüfung davon, ob dieser Anruf überhaupt stattgefunden hat, konnte leider nicht durchgeführt werden. Auch wäre Sonja mit der Straßenbahn viel eher zu Hause angekommen mit der Linie N20, wo sie dann nur zum Hauptbahnhof sowie Philipp hätte fahren können, um dann bequem umzusteigen und mit der Linie N19 nach Hause nach Leim fahren zu können. Und selbst wenn Sonja auch diese Bahn verpasst hätte, wäre es zu Fuß bis zum Hauptbahnhof auch nur circa 10 bis 15 Minuten gewesen. Am Geld scheiterte es nämlich nicht, denn Sonja hatte eine gültige Fahrkarte dabei. Da sie ja nicht ständig das Auto ihrer Schwester benutzen konnte, hatte sie eben noch diese Karte, diese Fahrkarte immer dabei. Am 11. April 1995, also ein Tag danach, Sonjas Mutter bemerkt schon am Morgen, dass Sonja nicht nach Hause gekommen ist. Sie machte sich aber keine großen Sorgen. Sie dachte damals, Sonja habe vielleicht bei einem ihrer Freunde übernachtet. Als sie aber um 14 Uhr nach Hause kommt, vom Besuch beim Kinderarzt mit ihrer Enkelin oder ihrem Enkel, ist sie schon besorgter, denn Sonja ist immer noch nicht zu Hause. Sonjas Kinderzimmertür war immer noch geöffnet, normalerweise hat sie die immer geschlossen, wenn sie wieder zurück war und die Mutter machte sich langsam wirklich immer mehr Sorgen. Auch war Sonja sonst eigentlich immer um 3 Uhr in der Nacht wieder zu Hause. Eine Art, die ihre Eltern so von Sonja nicht gekannt hatten. Auch rief Sonja eigentlich immer, egal wie spät es war, an, wenn sie woanders übernachten würde, um die Eltern eben nicht zu verängstigen, was ja auch richtig ist. Es wurde immer später und Sonjas Mutter wurde so unruhig, dass sie auch bei Philipp anrief. Dieser erzählte aber nur, dass die Bahn kam, er einstieg, Sonja ihre Schwester anrufen wollte, in der Telefonzelle am Stiegelmeierplatz und, ja, er eben nicht mehr wüsste. Auch andere Anrufe bei Freunden brachten die Mutter nicht weiter, sodass man sich entschlusst, zur Polizei zu gehen und Sonja als vermisst zu melden. Die Annahme der Vermisstenanzeige wurde jedoch abgelehnt. Sonja sei volljährig, könne ihren Aufenthaltsort selbst bestimmen und es war ja noch nicht viel Zeit vergangen. Am nächsten Tag wurden Sonjas Eltern wieder abgewiesen. Diesmal mit dem Satz, als sie Sonjas Foto anschauten, dass diese sich bei ihrem Aussehen ja auch ohne Geld ganz gut vergnügen könnte. Ein Satz, muss man ganz ehrlich sagen, der in dieser Situation natürlich absolut nicht hilfreich ist, Auch die Ängste der Eltern wurden überhaupt nicht verstanden. Bei Menschen bei Maischberger erzählte die Mutter mal, es habe sich damals noch um sehr, sehr junge, unerfahrene Polizisten gehandelt, aber trotzdem entschuldigt sich das Verhalten und der Spruch dadurch nicht. Sonja war eine zuverlässige junge Frau und je mehr Zeit verging, desto schlimmer war natürlich die Ungewissheit für die Eltern oder die ganze Familie, weil die eben wussten, da muss irgendwas passiert sein. Sonja meldet sich ja sonst, genauso wie im Fall Frauke Liebs, die wussten auch direkt, da stimmt irgendwas nicht und oft ist diese Intuition der Eltern meistens auch die richtige. Am Mittwoch, dem 12. April 1995, hat Familie Engelbrecht diesmal direkt Kontakt aufgenommen zur Vermisstenstelle der Polizei. In Absprache mit der Polizeiinspektion, die für Sonja eigentlich zuständig war, wurde der Vermisstenfall jetzt in die Vermisstendatei eingegeben und die Polizei begann so langsam ihre Arbeit. Sonjas Zimmer wurde angeschaut, jetzt noch nicht direkt durchsucht, aber erstmal so grob durchgeguckt, die Wohnung der Eltern sowie der Keller und der Dachboden des Hauses. Das Ganze wiederholte sich übrigens insgesamt dreimal, denn nach zwei Wochen übernahm die Mordkommission den Fall. Philipp war mittlerweile über Ostern, weil das waren so die Osterferien damals, in seine jugoslawische Heimat abgereist. Und die Vermisstenstelle war fest der Meinung, dass Sonja bestimmt mitgefahren sei und dann nach Ostern zurückkommen würde. Als das aber nicht passiert ist, erzählt man der Familie nun, dass Sonja sich vielleicht verliebt habe, im Urlaub sei und nach den Ferien zurückkommt, aber auch das war natürlich nicht der Fall. So ein Typ sei Sonja Engelbrecht auch gar nicht gewesen. Auch hatte Sonja überhaupt nichts mitgenommen, nicht mal eine Tasche. Sie hatte nur 5 Mark für Getränke im Vollmond dabei, mehr nicht, da sie immer Angst hatte, von Drogensüchtigen eventuell beklaut oder angebettelt zu werden. Und die Polizei berichtete mittlerweile bundesweit, es kamen tatsächlich auch ein paar Hinweise rein, dass man Sonja auch im Ausland gesehen haben wollte, aber viel kam dabei eben nicht rum. Ihre Familie suchte auch weiter tatkräftig nach Sonja. Auch zu den Medien wird gesprochen, Fotos gemacht von den damaligen Aufenthaltsorten von Sonja, bevor sie verschwunden ist. Und die Eltern haben da wirklich auch viel selbst gemacht, um ihm auch viel festzuhalten von damals. Aber trotzdem gab es, obwohl die Eltern wirklich so viel getan haben und so viel Hoffnung hatten, dass Sonja zurückkommt, Menschen, die der Familie Engelbrecht das Leben noch schwerer machten als die verletzenden Aussagen der Polizei. Als wäre es nicht schwer genug, das eigene Kind schmerzlich zu vermissen, meldeten sich zweimal Betrüger bei Familie Engelbrecht. Und da die Familie natürlich sehr verzweifelt war, griff sie natürlich nach jedem Strohhalm. Ein Mann rief bei Familie Engelbrecht an, er wüsse, wo Sonja ist. Sie sei in einem Nachtclub in Budapest, würde als Prostituierte dort arbeiten. Gegen eine Zahlung von 7500 Mark würde er ihnen Sonja zurückbringen. Als er das Geld erhalten hat, meldete sich dieser Mann natürlich nie wieder. Und das ist den Engelbrechts tatsächlich zweimal passiert. Immer so ungefähr dieselbe Summe, glaube ich. Auch zwischenzeitlich kam natürlich die Frage auf, ob Sonja eventuell auch per Anhalter nach Hause gefahren sein könnte und ihr dann eben was passiert sein könnte. Denn eine damalige Freundin Sonjas sagte aus, dass sie angeblich des Öfteren per Anhalter gefahren sei. Sonjas Mutter konnte sich das absolut nicht vorstellen und konfrontierte die Freundin mit ihrer Aussage, worauf diese dann zugab, dass sich ihre Aussage auf ein einziges Mal bezogen hatte, als Sonja vor einem Lokal Jugendliche fragte, ob man sie und ihre Freundinnen mit dem Auto mitnehmen könnte, also nicht Sonja alleine. Philipp äußerte wohl noch bei der Polizei, Sonja habe in ihrem Englandaufenthalt öfters die Gelegenheit genutzt, per Anhalter zu fahren. Ob diese Aussage von Philipp allerdings stimmt, das ist bis heute unklar. Und alleine, soweit bekannt, wäre Sonja nie in ein fremdes Fahrzeug gestiegen, sie sei schüchtern gewesen und ohne jemand wenigstens ein wenig zu kennen, hätte sie nicht einfach die Chance genutzt und wäre nach Hause getrampt, sondern sie wäre einen sicheren Weg gegangen. Sie hatte ja die Straßenbahn direkt vor der Nase. Daher kann man sich nicht vorstellen, dass wenn sie vorher sowieso Ängste äußerte, dann noch in ein fremdes Auto zu steigen, also das halte ich für vollkommen abwegig. Auch gab es vor und nach Sonjas Verschwinden noch etwas, was die Eltern im Nachhinein unruhig machte. Bevor Sonja verschwand, beklagte diese sich, dass sie bei längeren Telefongesprächen häufig etwas in der Leitung knacksen hörte. Sonjas Eltern gingen von technischen Schwierigkeiten aus und haben dem damals keine große Bedeutung beigemessen, aber auch nach dem Austausch des Telefonapparats hörten diese Geräusche nicht auf. Auch noch einige Zeit nach Sonjas Verschwinden nicht. Die Polizei verneinte aber deutlich, die Leitung der Engelbrechts abgehört zu haben. Das hätte ja auch sein können, aber diese Geräusche waren ja eben auch schon vor Sonjas Verschwinden da gewesen. Ob sie in diesem Fall eine Bedeutung hatten, ist natürlich auch vollkommen offen. Auch gab es damals einen Jungen namens Konrad, auch diesen Namen habe ich geändert. Dieser legte am 12. März 1995, kurz vor Sonjas Verschwinden, eine rote Rose mit chinesischen Schriftzeichen vor der Wohnungstür der Engelbrechts ab. Auf dieser Rose stand, ich liebe dich. Sonja hatte ihn damals in der Musikhalle Tilt kennengelernt. Er bemühte sich zwar um Sonja, aber sie hatte kein richtiges Interesse an ihm. Trotz Suchplakaten wollte dieser damals erst nichts von dem Verschwinden von Sonja mitbekommen haben. Zur Sache sagte er aber, dass Sonja labil sei und vielleicht Selbstmord begangen habe. Dabei gibt es dafür überhaupt keine Anhalte zum damaligen Zeitpunkt. Und auch, dass Philipp wohl schon wisse, wo Sonja sei. Ich fand das noch wichtig, euch mitzuteilen, dass es da eben noch jemand gab außer Philipp, der mit Sonja in so einem engen Verhältnis stand, dass vielleicht Rache aufgrund der Ablehnung zum Beispiel ein Motiv gewesen sein könnte. Das gibt es ja auch immer häufiger leider. Und von 1995 machen wir jetzt einen, ja, recht hohen Zeitsprung wieder in der ganzen Geschichte. Es vergeht einige Zeit. Die Eltern und die Staatsanwaltschaft entschließen sich, Sonjas Fall in der Sendung Aktenzeichen XY, wo ist mein Kind aus dem Jahr 2012 vorzustellen. Von der Sendung erhoffte man sich damals viel. Allerdings fehlte auch dort der entscheidende Hinweis auf Sonjas Verbleib. Für ihre Mutter war, bis das Gegenteil bewiesen wurde, Sonja immer am Leben, sagte sie. Auch hatte Sonjas Mutter einen Auftritt in der Sendung Menschen bei Maischberger, das hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen, in der sie Sonjas Geschichte noch einmal erzählte, auch dass Sonjas Freunde keinen Kontakt mehr zu den Eltern wollten, sich da abgekapselt haben. Auch ein bisschen komisch. In der Sendung erzählte sie dann noch, dass die Theorie des Stiegelmeierplatzes und dass Sonja dort getrampt sein könnte, für sie nichts dran sei. Und auch erzählte sie, wie sie mit dieser schwierigen Situation, dass Sonja schon so lange Jahre verschwunden ist, zurechtkommt. Sie erzählte, dass sie ja noch eine große Tochter habe, die sie am Leben halten würde und ihre Enkel, denn dann habe man nicht so viel Zeit, komplett in Trauer zu versinken. Auch erzählte sie, dass sie Sonja für Tod erklären lassen wollte. Jedoch ging das damals nicht, da die Akte nicht geschlossen sei. Und so vergingen noch mal viele Jahre für Familie Engelbrecht, die sicherlich damit, dass sie Sonja für Tod erklären lassen wollten, einen gewissen Abschluss finden wollten, könnte ich mir vorstellen, damit sie einfach ein bisschen besser mit der Situation hätten leben können. Aber auch das ist ja leider nicht geschehen. Und seit dem Auftritt damals 2012 bei Aktenzeichnix Y, wo ist mein Kind, gab es in den Ermittlungen auch keinen Durchbruch mehr in den ganzen Jahren im Fall von Sonja. Aber das änderte sich nach 25 Jahren, also 25 Jahre nach ihrem Verschwinden, im Oktober 2020 auf einmal. Da findet nämlich Waldarbeiter Anton Semmler, der gerade mit Markierungsarbeiten beschäftigt ist, einen Knochen. Er ist gerade im Kipfenberger Wald, dieser befindet sich im Landkreis Eichstätt in Bayern, ca. 100 Kilometer von München entfernt. Zunächst sind Knochen für ihn nichts Ungewöhnliches im Wald. Doch Semmler erscheint der Knochen für ein Tier viel zu groß. Er hält eine Spraydose daneben und schickt davon seinem Chef ein Bild. Dieser verständigt dann die Polizei. Auch sieht sich Semmler das Umfeld an, aber weitere Knochen hat er jetzt auf den ersten Blick damals nicht entdeckt. Man hat dann herausgefunden, dass es sich um einen Oberschenkelknochen gehandelt hat. Dieser wurde mittels einer aufwändigen DNA-Analyse abgeglichen. Über ein Jahr später, im November 2021, konnte dieser Sonja Engelbrecht zugeordnet werden. Also hat die Familie 26 Jahre später erfahren, Sonja ist tot. Es hat, glaube ich, auch niemand mehr damit gerechnet, dass man Sonjas Knochen oder Sonjas Leichnam irgendwann nochmal finden würde. Es kommt also wieder Bewegung in diesen Cold Case. Die Polizei durchsuchte dann auch selbst großflächig den Wald in Kipfenberg. Aber die erste Suche blieb erfolglos. Auch musste die Suche öfter witterungsbedingt ausgesetzt werden. Im Frühjahr 2020, die Beamten geben natürlich nicht auf und rückten mit vielen Einsatzkräften wieder an. Der Weg führt sie immer tiefer in den Wald. Weit weg von dem anfangs noch asphaltierten Weg. Man könnte meinen, er endet im Nirgendwo, sagt ein Polizeibeamter. Kletterexperten werden mit eingesetzt. Da ca. 300 Meter von diesem Weg weg im Wald eben, 300 Meter davon eine Felsformation ist. Und diese war sehr schwer zu erreichen. Aber die Ermittler werden für die Hartnäckigkeit der Suche dann letztendlich belohnt. An dieser Felsformation, an die man, wie gesagt, wirklich nur mit Kletterexperten rankam, In einer Feldspalte davon finden sie Sonjas skelettierten Leichnam. Ihr Leichnam war in einer Decke Plastikfolien und Planen eingewickelt. Auch war ihr Leichnam unbekleidet und nur Schmuck wurde gefunden. Die Folie war eine, wie sie bei Renovierungsarbeiten benutzt werden. Auch weiße Farbe konnte identifiziert werden. Auch Klebebänder wurden benutzt. Also die Leiche wurde dann eben wahrscheinlich wie so ein Päckchen zusammengeschnürt. Man fand außer dem Überbleibsel, habe ich ja gerade schon gesagt, einer Decke. Das war eine schwarz-blaue Decke mit markanten Muster. Diese hatte sich nach all den Jahren nicht richtig zersetzen können, da sie größtenteils aus Polyacryl bestand. Sonjas Leichnam blieb vermutlich so viele Jahre unentdeckt, weil es keinen Pilzsammler oder Wanderer dort oben hingeführt hätte. Ihre Knochen wurden vermutlich im Laufe der Zeit teils durch Tiere verteilt, sodass man dann eben diesen Oberschenkelknochen finden konnte. Zum Glück muss man dazu sagen. Da man nun Sonjas Leichnam gefunden hatte und sich auch Hinweise zu dieser Decke erhoffte, ging man mit Sonjas Fall nochmals in die Sendung Aktenzeichnicks Y, Cold Cases. Das war in diesem Jahr im März 2023. Dort wurde Sonjas Fall nochmal umfangreich dargestellt. Auch wurde dort das Wichtigste dieses Falles erwähnt. Es gibt eine DNA-Spur, die vermutlich an den Planen oder am Klebeband gesichert wurde. Mehr wollte der Ermittler dazu aber nicht sagen. Des Weiteren geht die Polizei von einem Sexualdelikt aus. Wie Sonja zu Tode gekommen ist, ließ sich nicht feststellen oder es wird der Öffentlichkeit vielleicht erstmal bewusst verschwiegen, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte. Über 300 neue Hinweise kamen dazu bei der Polizei an. Darunter zum Beispiel auch Hinweise, die sich konkret auf Personen sowie auf Bau- und Malerfirmen im Raum Kipfenberg bezogen haben. In einer weiteren Sendung suchte man nun nach Vergleichsstücken der aufgefundenen Decke und einer Dame ist es tatsächlich gelungen, diese zerfledderte Decke, die man ja bei Aktenzeichnicks Y gezeigt hatte, als ganze Decke im Internet wieder aufzustöbern, wie so ein Sherlock Holmes, sage ich mal. Und nach längerer Suche gelang es dieser Frau. Und die Decke ist blau-schwarz und zeigt im noch ganzen Zustand, ein Liebespärchen auf einer Decke sitzend, rundherum sind Blätter zu sehen. Auch bekam die Polizei nun ein Vergleichstück der Decke für die neuen Ermittlungen. Nun erhofft man sich natürlich auch, dass sich Menschen erinnern, wem damals diese Decke gehört haben könnte und diese aber später nicht mehr aufzufinden war. Natürlich so in dem Raum Bayern, denke ich mal. Nun noch zu der gefundenen DNA-Spur, die vermutlich ja vom Täter stammen dürfte. Diese wurde natürlich auch durch die DNA-Datenbank gejagt und abgeglichen, aber das ergab keinen Treffer. Also der Täter ist in dieser DNA-Datenbank der Polizei noch nicht vertreten. Aber natürlich suchte die Polizei nun weiter, um weitere Abgleiche durchführen zu können. Aber alle, die man damals oder heute vielleicht für mögliche Täter gehalten hätte, würden nicht ins Spurenbild passen, wurden also ausgeschlossen. Ich nehme jetzt natürlich stark an, dass auch Philipp überprüft worden sein dürfte und die damals erst 14 und 15 Jahre alten Freunde, von denen ich ja eben gesprochen habe. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich euch eben die ganze Geschichte mal im Ganzen, ganz von Anfang an erzählt haben. Was ja nicht heißt, dass vielleicht am Ende doch irgendein Zusammenhang bestehen könnte. Man weiß das ja nicht. Die Polizei meint, es habe sich beim Täter um einen Mann im besten Alter gehandelt. Kräftig. Denn die Ablage von Sonjas Leichnam hoch auf die Felsplatte wird ziemliche Kraft gekostet haben. Vielleicht war der Täter ja auch nicht alleine daran beteiligt. Auch das ist noch komplett offen. Auch geht man davon aus, dass der Täter mindestens noch einmal dort war. Weshalb das allerdings vermutet wird, das lässt die Polizei offen. Vielleicht weiß man mehr wie wir. Ich gehe mal davon aus. Bereits im Spätsommer und Herbst 2022 wurden insgesamt über 50 DNA-Proben abgenommen. Und der Stand April 2023 ist jetzt. Es wird weitergemacht. In Kipfenberg, einer kleinen Gemeinde mit gerade einmal 5600 Einwohnern. Also da werden jetzt auch DNA-Proben abgenommen. Für die Bewohner Kipfenbergs ist es derzeit auch sehr schwierig, dort zu leben. Denn die Gerüchteküche dort brodelt extrem. Aber niemand weiß so richtig etwas. Aber jeder redet darüber. Man kennt es. Im Dorf stellen sich auch viele die Frage, wie eine junge Frau aus München 100 Kilometer weiter verschwand und dann gerade in Kipfenberg abgelegt wurde. Warum gerade dort? Der Täter muss also wirklich irgendeinen Bezug dazu haben. Die Frage wird sich wohl auch die Polizei und die Familie von Sonja stellen. Sonjas Vater übrigens hat das Ganze nicht mehr miterlebt. Er starb, bevor Sonja aufgefunden wurde. Auch so eine Tragik, wie ich finde. Das ist aber ganz häufig in solchen Fällen. Das habe ich schon so oft gehört. Und ja, manchmal vergehen so viele Jahre, dass die Familienangehörigen dann mittlerweile verstorben sind. Die Ermittler gehen auch, wie ich ja gerade schon sagte, stark davon aus, dass es einen Bezug zu Kipfenberg geben muss. Denn die Stelle im Wald hätte man auch nicht einfach so gefunden, zumindest nicht mit Zeitdruck und einer Leiche dabei. Also muss der Täter oder die Täter vermutlich diese Stelle gekannt haben. Ist Sonja also vielleicht doch in ein Auto gestiegen, entführt worden oder verschleppt worden, später dann getötet? Also getötet ja definitiv, aber was ist vorher passiert? Laut den Engelbrechts wäre der Stiegelmeierplatz eigentlich fürs Trampen auch sehr unüblich gewesen. Und Sonja hätte ja, wie ich ja eben schon erwähnte, die Bahn nehmen können. Also wenn man die Geschichte jetzt so im Ganzen betrachtet, wirken Sonjas letzte Begleiter ja ziemlich verdächtig. Ich schätze aber, dass das mittels der DNA-Analyse ausgeschlossen wurde mittlerweile. Aber ob nicht vielleicht doch mehrere Täter beteiligt waren und was am Ende da vielleicht hoffentlich aufgeklärt wird, das ist ja noch komplett offen. Deswegen, wie gesagt, die Geschichte von Anfang an und nicht stand jetzt. Das war mir ganz wichtig. Und in den Medien wird derzeit auch sehr oft über heiße Spuren berichtet, wenn man jetzt neue DNA-Abgleiche macht bei bestimmten Personen, weil man sich natürlich erhofft, die Person könnte Sonja getötet haben und ins Raster passen. Aber bisher, das ist jetzt Stand Anfang Mai, wo ich die Recherche betrieben habe, gab es noch keinen neuen Durchbruch oder eine Mitteilung, dass eben eine passende DNA-Spur oder der Mörder von Sonja gefunden wurde. Ich bin daher wirklich mal gespannt, ob ich euch nach dieser ausführlichen Folge bald ein abschließendes Update geben kann und Sonjas Mörder gefunden wurde. Ob sich dann auch mal aufklärt, wie das Ganze passiert ist und vor allem auch warum und ob es vielleicht damit zu tun hatte, dass ich Sonja angeblich bedroht gefühlt habe. Übrigens ging man in diesem Fall auch mal von einem Serientäter aus im Zusammenhang mit zwei anderen Frauen, die im Raum München verschwunden sind. Das war einmal Bettina Trapphardt, wobei man da mittlerweile an einen Suizid denkt und auch der Fall Christine Hader, den findet ihr auch auf meinem Kanal. Das ist auch ein Fall, den ich nie vergessen kann irgendwie. Sie wurde auch zerstückelt in einem Wald gefunden, jedoch in Neubiberg, circa 120 Kilometer entfernt von Kipfenberg. Ob die Fälle zusammenhängen, das ist unklar. Ich gehe aktuell mal nicht davon aus. Ich hoffe aber wirklich sehr, dass man den oder die Täter bald endlich findet und aufklären kann, was wirklich mit Sonja Engelbrecht passiert ist. Ich hoffe, dass diese recht umfangreiche Folge diesmal euch auch gefallen hat, da ich ja sonst eher momentan kürzere Fälle präsentiere. Manchmal gibt es einfach nicht so viele Informationen und auch Fälle, die man nicht so kennt, sollte man trotzdem vorstellen, finde ich. Lasst mir bitte unbedingt heute in dieser Folge einen Kommentar da zum Fall von Sonja. Mich würde wirklich sehr mal eure Theorie, eure Meinung zu diesem Fall interessieren, weil er ja wirklich ein Fall ist, über den auch sehr, sehr, sehr viel diskutiert wird. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Auch freue ich mich über einen Kommentar für den Algorithmus. Das ist wirklich immer sehr hilfreich, dass mein kleiner Kanal eben immer mehr wächst und mehr Leute auf auch gerade besonders deutsche Kriminalfälle aufmerksam werden. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal, eure Lia.